Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, sehr geehrter Herr Minister Stamm, zunächst einmal das Gute an Ihrem Haushaltsplan zur Flüchtlings- und Integrationspolitik. Sie setzen tatsächlich zum größten Teil erfolgreiche Projekte aus unserer Regierungszeit fort. Vielen Dank dafür. Aber Sie gehen mit einem sehr widersprüchlichen Signal in die Haushaltsberatung. Auf der einen Seite setzen Sie die Förderung der kommunalen Integrationszentren oder das Förderprogramm Komm an fort, bei dem der Schwerpunkt auf der Stärkung des ehrenamtlichen Engagements liegt und was wir ja ausdrücklich begrüßen. Auf der anderen Seite aber sind im Haushaltsplan Kürzungen von 17 Millionen, und Sie wissen, ich habe es mehrmals angesprochen, also über 40 Prozent vorgesehen für das Programm Soziale Beratung für Flüchtlinge. Und diese Kürzungen, diese massiven Kürzungen bedeuten die Zerschlagung der dringend benötigten Beratungs- und Betreuungsstrukturen. Daher war die Einbringung des Haushaltsentwurfs nicht nur für uns ein Schock, sondern sie war auch ein Schock für die Träger der sozialen Beratung für Flüchtlinge. Denn Sie, Herr Minister Stamp, hatten genau das Gegenteilige zu Beginn Ihrer Amtszeit angekündigt. Auf unserem Berichtswunsch hin im Integrationsausschuss versicherten Sie, dass Sie der sozialen Beratung große Bedeutung zumessen und sich beim Finanzminister mindestens für die Fortführung der Mittel aus 2017 oder eigentlich am liebsten darüber hinaus für den Ausbau des Budgets stark machen wollten. Ich erinnere daran, Sie baten sogar darum, Ihnen dabei die Daumen zu drücken. Ich habe gesagt, da drücke ich Ihnen ganz herzlich die Daumen. Aber was ist daraus geworden aus Ihren Verhandlungen? Eine Kürzung der Mittel um satte 40 Prozent. Die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege zeigt sich in ihrer Stellungnahme zum Haushaltsentwurf tief schockiert und spricht sogar, ich zitiere, von einer Störung des Vertrauens an die in den letzten Jahren sehr konstruktive und enge am Bedarf orientierte Zusammenarbeit. Ja, nach einer breiten Empörung von Akteuren aus der Flüchtlingsarbeit, teilweise auch aus den Kommunen, sagten Sie dann, und das sagte ja auch die Kollegin Frau Wermer jetzt auch noch mal, dass es sich um Kürzungen handele, nicht um Kürzungen handele, sondern lediglich um Bedarfsanpassungen. Aber das stimmt so nicht ganz. Das haben wir auch anhand der Beratungsunterlagen, die Sie für den Integrationsausschuss auf unseren Wunsch hin zur Verfügung gestellt hatten, mehrmals genauestens nachgewiesen. Dann sagten Sie, Herr Minister Stamp, wieder auf unsere Nachfrage hin, Sie versicherten zu, dass alle Stellen weiter finanziert würden. Und ich finde es gut, dass Sie diese Zusicherung inzwischen auch schriftlich an die Träger geschickt haben. Allerdings ist im Haushalt bisher immer noch nicht ersichtlich, aus welchen Mitteln Sie all diese Stellen tatsächlich denn nun finanzieren wollen. Eine transparente und verlässliche Haushaltsberatung ist das nun wirklich nicht. Und das machen wir nicht mit. Denn die regionale Beratung von Geflüchteten, die der Unterstützung sowohl bei behördlichen Verfahren und bei der Orientierung in unserem Gemeinwesen dient, ist für uns unverzichtbar. Und da braucht es verlässliche Angaben. Und auch wenn der aktuelle Zuzug von Geflüchteten niedriger ist als in den vergangenen drei Jahren, muss gerade jetzt eine nachhaltige Integration der Neuzugewanderten sichergestellt werden. Und auch die psychosozialen Zentren führen bereits lange Wartelisten. Das wissen Sie, dass auch da eine Kürzung absolut nicht angebracht wäre. Deshalb lehnen wir den Einzelplan 07 ab. Und ja, Herr Minister, stammt noch im Juli, haben Sie gesagt, eine verbindliche Integrationspolitik haben Sie angekündigt. Und zwar eine, die es so noch nie gegeben habe. Das von Ihnen angekündigte große Neue sehe ich in diesem Haushaltsentwurf nun erst einmal gar nicht. Und mit einer Promikampagne zur Einbürgerung und ein paar Stellen für die Verwaltung können Sie hier nicht behaupten, das große Neue entdeckt und aufgeführt zu haben. Vielen Dank.